Quatsch Was? Hast du jetzt angefangen aufzunehmen? Mhm. Wollte dir nur mal Hallo sagen. Ach so, ja. Das ist sehr interessant. Ganz nett von mir, ne? Ja. Ich geh mal lehnen. Hm. Hast ne Pumpen in der Mitte? Ist das deine ACR oder MK? 8cr also kurz range kurz range ich dachte die acr wird die fernkampfwaffe ne das ist meine mk ich hab ich hab scheiße ich war bei battlefield alter auf x hinknien und ich wechsle die ganze schussmodus battlefield funktioniert ja bei mir immer noch nicht so neu installiert nee sonst müsste ich ja neu runterladen darauf habe ich im moment keine dafür ist es mir zu zeit nicht wert mach es über nacht geht es über nacht runter gut ist mein pc steht direkt neben einem kopfkissen zur aufnahme läuft ja jaja das heißt es wird in nächster zeit weiterhin nicht die letzte folge von koop battlefield geben aber du kannst doch mit deinem laptop das ganze runterladen wenn mein laptop funktionieren würde ja ich hab die mk 17 gerade und ich hatte gerade wieder auf halbautomatisch statt auf automatisch und wunderte wie so ein wunderte wieviel ich schieße hier ist irgendwo hier au nein nein was alter wo ist denn der der rennt der der ist jetzt tot shit ich habe mir keine gute neue supermonie rein getan wo bist denn du gerade links oder brauchst du gerade Hilfe gut das also werde abgeschossen ich bin der dort Aber das ist echt krass, wie toll diese Stecker sind, ne? Erzähl denen doch mal von deinem Plan, vielleicht können die dir weiterhelfen. Ne, das ist ja kein Thema. Was? Ich bin unschuldig. Nein, ich meinte so ein Typ von uns hat einfach seine schöne Nate hinter mich geworfen. Ne, das ist ja kein Thema, dieses Kabel zu löten. Na toll, jetzt hab ich ne Eroberungsvorlage. Ich hab nen Abschluss, Verteidigung zu eliminieren. Hey, geil. Hast du die Trupp- und Dingsbumsaufgaben gemacht? Angemacht? Ja. Oh, ich hab Hitze, ist mir grad aufgefallen. Ich geh rechts lang. Nein, ich geh links lang. Ich hab auch... Noch nicht, noch nicht. Hinten. Hinten bei diesem einen rechten Kühlturm durch. Und direkt vorne. Gegen Hitze. Hab ich schon. Ne, wir kriegen Hitze ab. Ich kann auch der Hitze anmachen. Unten im Raum steht einer. Habe ich in Sicht. Ich hab ihn tot. Der im Raum ist tot. Ich geh runter. Oh, hinter mir. Hier unten direkt. Wenn du runter springst. Neben dem kleinen Häuschen. Bei den blauen Fässern. Der ist jetzt vorne an der langen Seite. Der läuft jetzt rechts in die Garage rein. Boah, Paul. Alle drei Tode von mir kommen von diesem einen Kerl. fallstrich. Ach nö, Alter, wie schlecht bin ich denn momentan. Es traurig ist, ich der beste im Team bin, ey. Es ist richtig traurig. Das nicht ganz so traurige ist, dass ich... Also ich hab den Abschluss und zwei Tore drin. War das die selbe Typ? Nee, du wurdest von Penumbra umgebracht. Muss ich wohl zu meiner guten alten F2000 greifen. Und meiner Supermonie. Hast du deine Hitze voll? Gehen wir dann rechts lang? Rechts oder links? Rechts. Okay. Ah, Vollwidmung. Ab an. Guck mal eher nach links als rechts. Da von hinter den Containern kommt gleich einer. Ja, hab ich in Sicht. Von wo kommt der jetzt? Äh, vom Abcontainer rechts. Oh shit. Hier hinten ist ein Sniper. Oh, da sind zwei bei den Containern und einer sitzt oben. Happy Hallelujah! Ich geh mal hinten rum. Der Sniper hat die neue Waffe. Die ist so schnell wie eine Pistole mehr oder weniger. Digga, der hat mich... Ja, das ist das Problem mit der Sache. Der hat mich... mich... ...geraged. Hä, von wo denn? Fuck! Alter! Alter! Ich weiß nicht. Du bist hinter mir, ne? Ja. Links ist zu, rechts ist zu. Dann müssen wir uns den Weg freischießen. Paul, ich setz links Hitze ein. Du gehst hoch und sicherst oben. Obwohl ist nicht mehr notwendig. Ich bin außerdem schon zu weit gesprungen. Hm. Die kommen von rechts auf jeden Fall. Nur seh ich die noch nicht. Paul, hinter dir... Ne, doch, du bist woanders. Alter Schwede. Ich glaube gleich aus dem Gang kommt jemand raus. Gleich rechts kommt einer darüber. Alter, wieso erwische ich denn da keinen? So. Vorsicht, wir werden hier mit Nades... Also hinten im Raum... Nicht mehr. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Aber da sind auf jeden Fall Nades geflogen. Ich steuere mich hinlegen. Ach. Hier ist einer. Da ist einer. Wieso hat er denn meine... Nur Feuerstöße abgegeben? Dieses blöde Teil. Wieso hat er denn nur Feuerstöße abgegeben, Mann? Also irgendwas stimmt hier nicht. Oder es ist meine Maus, die lang seinen Geist aufgibt. Das kann auch sein. Oh shit. Sieben zu sechs nur. Alter. Ich weiß, wie ich denn sage. Eins zu vier. Ich habe aber die... Zwei meisten Kills aus dem Team. Eins zu vier, Paul. Wie bekommst das denn hin? Das ist Skill, ne? Das ist Skill. Da kommst du nicht drauf. Willst du GTI oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Dabei bin ich gar nicht so schlecht. Was? Was? Zwei Sniper. Einer mit der SVD und einer mit der neuen Waffe. Dieser hässlichen... Da wird's, 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 wird's. Ja, es geht. Vorsicht, da oben ist einer an einem Wüx. Paul, ich bin tot. Ich auch. Einzippen. Yeah! Paul, ich hab Hitze an. Ah, äh, Hitze voll. Also ich lauf jetzt links durch, mach Hitze. Und wenn ich fast fertig bin, machst du deine Hitze an. Und... Ich hab auf Snipen zurückgestellt. Ich geh jetzt oben in den... Es gab Wuffen und dann wird geschnipt. Ich hab auch meine Snipe-Waffe, ne? Und? Wo sind denn die alle? Da muss noch mindestens einer von denen auf dem Punkt sein. Auf der rechten Seite vermute ich. Ah ja, in der Mitte. Was?! Ich war schon um die verdammte Ecke rum. Und dann gibt er mir noch einen Crit-Headshot mit 157. Leck mich am Arsch. Und nein, Paul, ich komm nicht runter. Wo sind da die? Nein! Wo ist der? Wie kann der denn so oft schießen? Die neue Waffe, das ist ne Pistolensniper. Ja, hässliche. Alter, das geht doch nicht. Dieses Spiel geht mir auf die Eierarchitek. Egal. Also, ich werd das nicht wieder spielen. Das Spiel? Ja. Das ist ja nur noch Einkauf und du gewinnst, ey. Das ist ja... Ich hab grad einige Gerätevorlagen bekommen. Gerätevorlagen hab ich genau null. Merkst du mit... Um... Amen.